um aber schon besuchen so alt ist gerade ungesprungen und gestorben noch aufklärung ja auch er muss wichtig das endet wie manche leute irgendwas gemacht da die sehr schein Schild halten oder manchmal auch keine sagen was im Übrigen sehr peinlich ist wenn man einfach keine sagt Krieg hat ja einen Bogen gehabt krieg mit dem Bogen der hatte keinen Bogen krieg mit dem Bogen aber der hatte Spinnnetz so können wir uns einen Bogen craften ja dann verschwende ich aber wieder Stöcker krieg mal mit dem Spinnnetz danke ich habe schon einen Pfeil ich habe schon einen Pfeil so ach ne es war andersrum wwwwww du weißt wo unser letzter Gegner ist ich weiß wo der ist die Beine so zauberte Schwer nein das ist mein Schwer oha hör auf wir sind tot du sollst ich gehe mal verzaubern nimmst du mein Bogen mit 1 und ein Bogen wenn ich das nicht schlieb uns wird ein Bogen es sei nicht aus Verzug auf ich versuchte jetzt zu spät als ich springe zu unternehmen das soll ein Bogen mitnehmen also nicht mehr und entweder mit geworfen Prozent der Anteil der der letzte Gegner kommt zu dir von hinten war Stuttgart mit doch bist du das einst mich nicht so ein Robben schon kommen ich bin ich nicht er schießt auf mich verdammt ist mein Fall also wenn er nicht so gut ich bin auch ich komme von links zu von rechts ein Ball immer kostet schützen er hat einen Schwerpunkt die du längst ihn ab ich auch in mann nicht geflöten ich bin ich schiefen die Tren weg die Zelle konnte ich den es wird dran gewinnt Prozent aber was da denn Diamanten Ich brauche mal schnell einen Dia schaufeln. Jut, ihr könnt es eigentlich schon wegschalten. Nein! Ich scheiße, wenn wir das jetzt hochlernen. Was denn dann? Na, dann sehen alle, ich habe vergessen, auf dem Kitzel gehen. Oh Mann, ich wirst so, soll ein Opfer dastehen. Okay, kann ich jetzt... Na, ich beenden es jetzt einfach.